Ich bin Benjamin Weichselbaum, 21 Jahre alt und im ersten Ausbildungsjahr als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Als Verfahrensmechaniker plane ich die Fertigung von Kunststoff- und Kautschukprodukten. Richte die jeweils entsprechenden Produktionsmaschinen und Anlagen ein und bereite Rohmasse auf. Zu meinen täglichen Aufgaben gehören das Rüsten der einzelnen Spritzgießmaschinen auf die verschiedenen Werkzeuge. Zum Umbau braucht man den 25 Tonnen Kran, da wir Spritzgießwerkzeuge haben, die dieses Gewicht locker erreichen. Hier muss man sehr sorgfältig arbeiten. Außerdem müssen die einzelnen Werkzeuge und Maschinen täglich gewartet und instand gehalten werden, damit keine Schäden entstehen und die Qualität und Quantität der einzelnen Produkte erhalten bleiben. Der große Maschinenpark mit 22 Spritzgießmaschinen und ca. 600 verschiedenen Werkzeugen bietet mir sehr viel Abwechslung. Die Dauer der Ausbildung beträgt drei Jahre. Die Betreuung während der Ausbildung ist super, da fachliche Kenntnisse sehr gut übermittelt werden. Außerdem lernt man jede Abteilung im Betrieb kennen und versteht so die einzelnen Abläufe in der Firma KTW besser. Die Berufsschule findet im Blocksystem statt. Als Facharbeiter werde ich die Anlagen anfahren, regulieren und überwachen, um eine optimale Qualität sicherzustellen. Was mir besonders gut gefällt, ist die abwechslungsreiche Arbeit und das Zusammenarbeiten mit meinen Kollegen im Team. Wir sind KTW, komm auch du zu uns!